Willkommen bei einer weiteren Folge von Ausgepackt. Ich habe hier heute die Soundcore A20 Schlafkopfhörer In-Ears im sehr kleinen Format, mit dem man eben auch schlafen kann. Ich möchte hier wie immer auf den Klang besonders eingehen, aber da es sich hier um Schlafkopfhörer handelt, möchte ich natürlich auch hier um den Tragekomfort nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und auch gucken, ob man hiermit wirklich schlafen kann. Ich möchte dann am Schluss nochmal zeigen, die Konkurrenz aus einem anderen Hause, OneMore, die Z30, wie gut sind die, wie schneiden die im Vergleich mit den A20 ab und ich habe dann auch noch zwei andere, auch von OneMore die ComfoBuds, die sehr klein sind und von JLab die J-Buds Mini, die ich ebenfalls hier nochmal ganz kurz erwähnen möchte, zumindest was den Klang angeht. Kommen wir jetzt zu den Soundcores, also was zeichnet die aus? Erstmal, wir haben ein sehr, sehr kleines Design mit einem sehr hohen Tragekomfort und deswegen hat man meiner Meinung nach eben hier recht gute Schlafkopfhörer, was den Klang angeht, relativ klein und deswegen teilweise im Bass nicht ganz so stark, aber deutlich besser als ich erwartet hatte. Kommen wir jetzt gleich zum Tragekomfort und ich denke, da zeige ich einmal ganz kurz, wie das Ganze aussieht. Also wir haben hier von Soundcores die Box, die ist relativ groß, das Ladecase, kann man für Soundcores typisch so ein bisschen aufschieben hier. So und hier drin sind dann die In-Ears und hat man jetzt diesen In-Ear in der Hand, wird man sofort feststellen, dass der sehr, sehr klein und sehr dünn ist vor allem. Also kann man sich hier angucken und was mir eben auch auffällt, ist, dass hier diese Silikonlippen flexibel sind und auch hier vorne diese zwei Silikonbänder ebenfalls sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, locker und leicht sind und deswegen eben auch hier vorne nicht im Ohr drücken, selbst wenn man die längere Zeit trägt und damit schläft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalten sich hier die One More, die möchte ich mich auch gleich nochmal zeigen, das sind die hier im Vergleich zu den Soundcores, also nochmal deutlich kleiner vom Ladecase schon mal. Wenn man sich die In-Ears selbst anguckt, so, haben die eine andere Form, wir haben zwar hier vorne dieses weiche Silikon, aber nur eher eins davon, dadurch verschließt es nicht ganz so gut im Ohr meiner Meinung nach, sitzt aber ebenfalls bequem im Ohr. Wir haben hier die Zacke auf der Rückseite nicht, trotzdem fallen auch die nicht raus. Ich habe aber das Gefühl, dass die One More ein bisschen mehr im Ohr präsent sind, sage ich mal, also vom Tragegefühl, als jetzt die Soundcores, also das machen die Soundcores dann tatsächlich ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Wir wollen sie einfach mal einen reinlegen. So, die legt man rein und dreht sie dann so ein bisschen rum, dass der Zacken hier auch so ein bisschen reinkommt. So, damit man nochmal so kurz guckt auch, wie der letzten Endes drin liegt im Ohr. Genau, also gucken wir uns das Ganze nochmal an. Von der Größe, wie man gesehen hat, sehr klein. Wir haben einen Treiber, der ist rund, genau wie bei den One More. Das Gewicht ist sehr leicht und man spürt es tatsächlich kaum im Ohr. Und dadurch ist das Tragekomfortgefühl hervorragend, auch durch dieses weiche Silikon. Und vergleicht man hier das Z3 mit den A20. Hatte ich schon so ein bisschen gesagt, dass die A20 meiner Meinung nach ein bisschen die Nase vorn haben. Die sind auch einen Ticken leichter, irgendwie kleiner meiner Meinung nach. Vielleicht liegt es auch am Silikon, was eben ein bisschen flexibler ist und dadurch nicht ganz so stört. Und auch diese Zacke hält das dann ein bisschen besser noch im Ohr fest. Also hier, was das Schlafen angeht, gerade wenn man Seitenschläfer ist, finde ich die Soundcore ein bisschen besser. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass man beide In-Ears im Ohr spürt. Also man kann nicht sagen, die legt man rein und dann ist da überhaupt nichts, was man spürt. Natürlich merkt man, dass da In-Ears drin sind. Und ich finde das Druckgefühl, gerade wenn man Seitenschläfer ist, ändert sich auch noch ein bisschen, wenn man eben an der Seite schläft. Aber nicht unbedingt störend. Also möchte man nur ein bisschen entspannen, vielleicht einen Film im Bett gucken oder so, ist das durchaus perfekt geeignet. Zum Schlafen geht es auch. Allerdings für Leute, die sich ein bisschen penibler anstellen, so wie ich letzten Endes auch, merkt man am Schluss doch einfach, dass hier ein In-Ear im Ohr drin ist. Was kann jetzt die App? Die App hat einerseits einen Equalizer, typisch für jeden In-Ear. Aber was diese Schlafkopfhörer jetzt eben im Besonderen noch haben, ist eine Schnarchmaskierung. Das heißt, es soll das Geschnarche des Partners im Bett so ein bisschen reduzieren. Funktioniert nicht ganz so gut. Man hört es trotzdem noch, zumindest simuliert. Also ich habe jetzt das Ganze nur simulieren können. Und da habe ich eben nicht gemerkt, dass hier wirklich eine deutliche Reduktion stattfindet. Was hier allerdings gespeichert sind, sind Einschlafgeräusche. Man hat hier Rauschen, also hier ist White Noising, Orange Noise und so weiter. Was ich persönlich nicht ganz so gern mag. Wir haben aber auch Wasser. Das ist zum Beispiel Regen. Wir haben Natur, Vogelgezwitscher und so kann man hier alles einstellen und damit einschlafen. Aber auch da bin ich nicht ganz so der Fan von. Ich habe es eben einfach lieber, wenn hier mein Lied nebenbei läuft. Und das ist natürlich genauso gut möglich. Was haben wir hier noch bei den Soundcores? Wir haben eine Schlafanalyse. Das heißt, wir haben da so ein Diagramm letzten Endes, was genau zeigt, wann habe ich welche Schlafphasen und was kann optimiert werden beim Schlaf. Finde ich, ist eine Spielerei. Sie ähnelt so ein bisschen wie so eine Smartwatch und ich kann mit den Smartwatches auch schon wenig anfangen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der hier eben diese Schlafanalyse durchaus sinnvoll findet. Und ich meine, das ist ein nettes Gimmick. Wenn man die sowieso im Ohr hat über die Nacht, dann kann man eben auch schön hier nochmal diese Analyse sich angucken. Was die App noch kann, ist In-Ears suchen. Das heißt, verlegt man die In-Ears mal, gerade bei Schlafkopfhörern, liegen sie vielleicht mal im Bad, mal im Schlafzimmer, mal im Wohnzimmer, kann man die mit der App einfach suchen. Das absolute Highlight, jetzt hier vom Komfort her, von diesen Soundcores, ist meiner Meinung nach aber vor allem die Kapazität, wie lange diese In-Ears, zumindest mit dem Ladecase, funktionieren. Wir haben also 14 Stunden, selbst wenn man sehr lange schlafen möchte, reichen 14 Stunden voll aus, um die ganze Nacht zu verbringen, in diesen In-Ears an Akkulaufzeit. Und zusammen mit dem Ladecase sind es 80 Stunden, also insgesamt im Ladecase müssten dann 66 Stunden ungefähr sein, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. So, dass man hier eben wirklich mehrere Tage, vielleicht sogar eine ganze Woche, diese In-Ears nicht laden muss, wenn man sie nur in der Nacht verwendet. Kommen wir jetzt zu dem Mikrofon und den ANCs. Das geht relativ einfach, weil diese In-Ears kein ANC, keine Geräuscheunterdrückung haben. Und auch kein Mikrofon, soweit ich das jetzt gesehen habe, zumindest. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Hier hätte ich durchaus gedacht, dass gerade so Schlafkopfhörer ja vom ANC, wenn man jetzt Lüftergeräusche oder andere Sachen reduzieren möchte, profitiert hätte, diese In-Ears. Hat es aber nicht. Dafür ist die passive Geräuschunterdrückung ziemlich gut. Also ich habe tatsächlich zwei Sterne vergeben. Normalerweise mache ich das nicht. Bei der passiven Geräuschunterdrückung habe ich normalerweise eher Plus, Minus oder Plus, aber nicht zwei. Also das machen diese In-Ears tatsächlich hervorragend, diese passive Geräuschunterdrückung bereits, sodass man so ein Lüftergeräusch kaum noch wahrnimmt zum Beispiel. Und das Einschlafen dadurch durchaus erleichtert werden kann. Der Vorteil dadurch, dass es kein aktives Noise Cancelling hat, ist natürlich, dass man auch keinen Hintergrundrauschen hat. Also mit aktiviertem ANC ist es manchmal ja so, dass man so ein leichtes Grundrauschen noch hat. Das ist hier natürlich nicht vorhanden, weil eben auch kein ANC vorhanden ist. Gucken wir jetzt zum Wichtigsten meiner Meinung nach dem Klang. Wobei bei Schlafkopfhörern muss man immer ein bisschen relativieren. Da ist es natürlich nicht nur wichtig, dass der Klang passt. Da muss natürlich auch das Tragekomfortgefühl passen. Und deswegen ist es vielleicht nicht das Wichtigste, aber für mich eben immer noch ein entscheidender Teil, weil ich natürlich auch Musik hören möchte mit den In-Ears. Und vielleicht möchte man die ja nicht mehr zum Schlafen verwenden, sondern vielleicht auch mal im Zug oder vielleicht auch mal im Hörbuch oder so zu hören. Und dann ist es durchaus wichtig, dass auch der Klang passt. Erstmal was die Codecs angeht, wir haben hier Bluetooth 5.3, was ja neueste Standards sind. Allerdings habe ich nicht herausfinden können, ob hier nur AAC und SBC Codecs verbaut sind oder vielleicht auch schon LDAC oder LE Audio. Das stand hier nicht drauf. Also wer hier mehr Informationen hat, würde mich freuen, wenn ihr das posten könntet unten. Ansonsten, wenn man jetzt die In-Ears einsetzt und das erste Mal anmacht, war ich erstaunt, wie gut dieser Sound ist, gerade im Vergleich zu anderen kleinen In-Ears. Wir haben im Bassbereich einen sehr präzisen, tiefen Bass, der wirklich Spaß macht. Wir haben ein bisschen Rhythmik drin und ich hätte nicht gedacht, dass diese kleinen In-Ears wirklich so tief spielen können. Und man hört wirklich in Billie Jean, in Under Pressure, wirklich diese Bassgitarre und das eben auch tief runter. Was mir allerdings ein bisschen fehlt bei den Soundchors, ist der obere Bassbereich. Also gerade bei Schlafkopfhörern hätte ich halt eben schon vermutet, dass wir hier ein warmes Gefühl haben, dass man wirklich kuschelig einschlafen kann. Aber ich finde, dass der obere Bassbereich eher abgeschwächt ist und dass dadurch einfach der Klang ein bisschen kühler wirkt. Es fehlt einfach dieser immer präsente obere Bassbereich. Der Vorteil ist natürlich, dass dadurch kein Wummern zustande kommt und der Bass insgesamt sehr präzise wirkt. Die Mitten sind dann wahrscheinlich auch aufgrund des leicht abgeschwächten oberen Bassbereiches eher schwach. Aber ich muss sagen, gerade wenn man so Power Quarts von der Gitarre hört, diese Gitarre schafft es tatsächlich rauszukommen, auch aus dem Lied. Und mit genügend Power zu spielen. Also es ist ja vielleicht auch eher der obere, mittlere Bereich, hier diese Bassgitarre. Aber wenn man, ja die richtige E-Gitarre. Aber wenn man jetzt am Piano hört, klar, da braucht man auch nicht so viel Bass, aber da fehlt dann teilweise so ein bisschen das Volumen. Und das merkt man dann auch in den Stimmen, in den Vocals. Die sind zwar authentisch, aber vielleicht auch gerade, weil so wenig Stärke dahinter steckt, so ein bisschen distanziert. Da fehlt mir einfach so ein bisschen was. Die Stimmen sind einfach nicht perfekt, haben nicht das perfekte Volumen, was man sich einfach vorstellen kann. Und dadurch wirkt es leicht distanziert. Zudem habe ich das Gefühl, gerade wenn man so schwierige Stimmen hört, Rihanna nehme ich ja immer als Beispiel, merkt man eben so ein leichtes Verzerren. Also Rihanna kann ja wirklich richtig nuanciert das Gehauche am Schluss noch darlegen. Und richtig gute In-Ears oder Kopfhörer schaffen das auch, das wiederzugeben. Und zwar so, dass es richtig schön klingt. Und manche schaffen das eben nicht ganz so gut. Das ist eben auch hier der Fall. Eben zwar auch, man hört diese Nuancen in dieser Stimme, aber es neigt so ein bisschen zu diesem Quietschen. Also nicht ganz so schlimm, wie ich es jetzt vielleicht sage, aber so eine Tendenz ist auf jeden Fall da. Und Leute, die sich daran stören, für die ist das vielleicht dann nicht das Richtige. Kommen wir jetzt noch zu den Höhen. Das hat jetzt die In-Ears wieder sehr gut gemacht, so wie ich es mir auch vorstelle vom Schlafkopfhörer. Wir haben leichte Höhen, die nicht spitz sind, die nicht aggressiv sind, die sind relativ emotional. Also da kann man wirklich mitgehen und auch wirklich entspannt diese Höhen aushalten, sodass man hier schon einen schönen Klang hat insgesamt. Nur ein bisschen zu wenig oberer Bassbereich und deswegen fast ein bisschen kühl, meiner Meinung nach. Am Schluss, hatte ich ja gesagt, möchten wir jetzt diese One Mores, die wir hier haben, noch vergleichen mit den JLab Jbuds Mini, von denen ich ebenfalls ein Video habe. Wer da noch mehr Infos zu möchte, einfach mal in den Links gucken und sich das angucken. Sowohl die One Mores Z30 als auch die JLab Jbuds Mini, hier gibt es ein Video zu, wo ich die eben näher vorgestellt habe. Die One Mores Comfort Buds Mini, die habe ich schon ein bisschen länger, ist aber so ein kleiner Favorit von mir, deswegen möchte ich die auch noch mit hier reinnehmen, weil die eben auch sehr klein sind. Und die Soundcore A20. Also die echten Schlafkopfhörer sind wirklich nur die One Mores Z30 und die A20. Und vergleicht man die, finde ich es merkwürdig, dass sie beide eher distanziert und kühl klingen. Weil von einem Schlafkopfhörer hätte ich mir schon was Emotionales, Warmes vorgestellt. Ist aber nicht so. Wobei ich sagen muss, dass man hier den Preisunterschied schon merkt. Die One Mores Z30 kosten ja nur 80 Euro UVP, die Soundcore A20 150 Euro UVP und da hat sie auch noch nichts getan vom Preis her, also fast doppelt so teuer. Und das merkt man einfach. Der Bass bei den Soundcores ist präziser, der geht noch ein bisschen tiefer runter. Und bei den Z30 von One Mores fand ich, dass der Bass sich eher im Hintergrund gehalten hat und auch nicht ganz so präzise war. Die Mitten sind beide fast distanziert, wobei ich finde, dass die One Mores hier noch viel distanzierter klingen als die Soundcores. Die Soundcores, kann man fast sagen, die neigen zur Distanziertheit, haben aber insgesamt einen recht ordentlichen mittleren Bereich. Die Höhen sind sowohl bei One Mores als auch bei den Soundcores eher zurückhaltend, wobei die Soundcores mir ein bisschen besser gefallen. Wir haben einen emotionaleren Ton, einen leicht schwingenden Hochtonbereich. Das haben wir bei den One Mores eher nicht. Genau. Und wenn man jetzt eben noch die Mini-In-Ears dazu nimmt von JLab und von One More, dann sieht man, dass man eben auch für einen deutlich günstigeren Preis zwischen 50 und 60 Euro momentan Straßenpreis eher einen besseren Klang kriegt, meiner Meinung nach, dafür aber ein bisschen Komfort fehlt. Also dann merkt man einfach, dass die ist ein bisschen mehr an Dicke von diesen In-Ears, gerade im Bassbereich, im oberen Bassbereich nochmal mehr bringt. Wir haben im mittleren Tonbereich einfach gerade bei den One Mores Comfort Buds nochmal mehr Details drin. Die sind klarer, die sind voluminöser, die Höhen sind detaillierter, dadurch haben wir eben insgesamt einen sehr ausgeglichenen, kräftigen, schönen Klang bei den One Mores und die JLab JBuds Mini. Die sind ebenfalls okay, allerdings würde ich hier tatsächlich eher zu den Comfort Buds Mini greifen, die nur unwesentlich teurer sind momentan Straßenpreis, weil die Bässe sind nicht ganz so tief und nicht so detailliert, nicht ganz so präzise kann man sagen, die Mitten sind nicht ganz so klar und die Höhen sind ein bisschen zurückhaltender und weniger detailliert einfach als bei den Comfort Buds, sodass ich diese Comfort Buds Mini so als kleiner Favorit eigentlich immer empfehlen kann. Die sitzen auch gut im Ohr, allerdings wenn man seitenschläfer ist, merkt man schon Unterschiede natürlich auch von den Comfort Buds Mini und den A20. Also abschließend kann man sagen, möchte man wirklich Schlafkopfhörer verwenden, ich glaube ich würde tatsächlich zu den Soundcore A20 greifen, auch wenn die ein bisschen teurer sind, der Klang ist einfach ein bisschen besser, der Tragekomfort ist ein bisschen besser und möchte man die wirklich jeden Tag verwenden, denke ich, sollte man dieses bisschen mehr ist gut, den doppelten Preis wahrscheinlich hinlegen. Möchte man einfach nur kleine In-Ears haben, die leicht im Ohr verschwinden, mit denen man vielleicht auch mal im Bett entspannen möchte, aber nicht unbedingt schlafen möchte, der kann sich vielleicht mal die OneMore Comfort Buds Mini angucken und die OneMore Z30 und Jail Buds Mini. Das sind auch gute Kopfhörer, gerade zu dem Preis dann, aber mir persönlich gefallen die anderen eben ein bisschen besser. Ich hoffe, ich konnte euch so einen Überblick hier geben zwischen den Schlafkopfhörern und Mini-In-Ears und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt ausgepackt.